Echt? Ich freue mich heute für die Maschal. Arbeit ist wichtiger. Ohne Arbeit kann man sich keinem nie leisten. Was kann das denn hier sein? Ich bin ein bisschen nicht wehnt. Ich kann es nicht wehnen. Aber da ist es nicht wehnen. Aber ich habe mich nicht wehnen. Aber da ist es nicht wehnen. Wann sind wir hier? Das ist doch schön. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Das ist hier. Du magst immer. Warte, dein Reif mit doch viel. Das ist schon mal. Jetzt ist ja eine Spez. Ich habe keine Spez. Wäre ich nur, wo ihr kommt? Oh, der war gerade dabei! Was ist das? Oh! Oh! Das geht jetzt aber ganz schön! Ja! Du musst den ersten Scheiß wegmachen! 3, 2, 1... Alright! Du bist so weit! Du musst den alles vor. Du musst den ganzen Tag nicht übernehmen, wenn du aufgenommen hast... Ei, du kannst das mich nicht! Ich bin ja nicht bei dir, weil du mein Lieberkopf hab. Ich bin ja nie bei dir, aber du bist nur mein Lieberkopf! Das sind toll, Du bist gut! Jetzt bin ich ein Dollar. Ich bin ja nicht über dich, das ist schon mal. Ich bin ja nicht mehr, bis dann nicht über dich, oder? Was ihr in den Kamen mit mir sch scissors? Ich brauche dich, das nicht über dich, wenn du willst du willst. Vielen Dank.